Hallo! Wasabi! Heute ist der 1. April 2012. Ist der 1. April? Ja. Also und ähm... Ja, aber wir machen keine Scheisse. Das ist jetzt ein ernstes Video. So ernst! Und das ist Video-Log Nummer 3. Oh! Ja, ja! Oh, Scheisse! Äh, da irgendwo! Ja, cool! Ähm, ja. Oh, es geht es gut. Danke, dass ihr gefragt habt. Nein, nein, nein. Ähm, ja. Und wir sind jetzt hier in Melligen. Melligen! Ich bin Cereal. Cereal! Und die beiden wahrscheinlich auch. Yeah! Oh, sie ist gerade weg. Ja! Hey! Ja! Und ja, heute ist es gut gegangen, oder? Sehr gut. Es ist Freitag, das ist cool. Es ist Samstag, du wirst es scheisse. Samstag? Oh ja! Es ist Samstag! Es ist Samstag. So, wie man es eventuell schon gemerkt hat. Ja, es ist ziemlich dunkel. Wir haben hier ein heiliges Licht. Heiliges Schien. Ja. Oh, warte, 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 warte! Das ist mein heiliges Schien. Scheisse! Okay, weisst was, machen wir das ein bisschen anders. Komm da vorne. Komm da vorne. Komm da vorne. So, dein heiliges Schien. Sooo! Okay. Ja, und was haben wir heute gemacht, Roman? Was ist heute an meinem Samstag? Heute hatte seine Schwester Geburtstag. Nein, gestern. Aber heute... So, Roman, es ist der erste April, also. Na und? Heute war Geburtstagsparty. Party! Und Roman kam und hat etwas Musik gemacht. Musik! Aber es hat nachgeschossen, darum war er etwas deprimiert. Und ich bin hinterher wahrgestanden. Nochmal. Wie im Jugendtreff. Drinks! Ja, genau. Und Essen. Machst das super im Fall. Gut, Mann! Heute zum Einwurf. Man! Man! Okay, ja und... Und! Ja, es war toll. Toll! Inzwischen ist nichts passiert. Wir hatten gestern im Schulfest, in der Betzere. Da waren alle diese Leute nicht rum. Weil ich Pätzle bringe. Und die nicht. Pst! Ein Pätzle! Und ich habe gefragt, wie es war. Du hast nicht geantwortet. Schon? Dann hast du mich gefragt. Skype gestern. Heute am Morgen, am 3.00 Uhr, glaube ich. Am 3.00 Uhr? Glaubst du, ich wache am Samstag am 3.00 Uhr auf? Du warst online! Ich bin immer online! Der Roman weiss das! Ja, das war's für heute. Wir müssen jetzt noch ein bisschen in die Meli gehen. Unsere Meli. Unsere Arnuk. Ja, man sieht sie nicht wegen dem Licht. Aber sie ist hier irgendwo. Mein Finger sieht man nicht einmal. Da, da. Ja, mich sieht man. Super. So, dann, 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 dann. So, kommen wir da. Los, da. Yeah! Super! Cool! Achtung an! Auto! 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 Ja. Hey, wir wünschen euch alle ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, dass ihr alle den 1. April durchgestanden habt. Oh mein Gott, der Robi ist Sherlock Holmes. Er ist über einen Baum gelaufen. Ich bin neuestens Sherlock Holmes und der hier ist Chuck Norris. Junior! Chuck Norris Junior. Ja. Hey, wir wünschen euch alle einen schönen Abend. Wir hoffen, dass ihr den 1. April durchgestanden habt. Es gibt böse Leute dort draussen. Sehr böse. Sag tschau Roman. Tschau Roman. Tschau Roman.